Oh cool, ich könnte jetzt dann theoretisch meine Schwertkämpfer auch abgräten. Am Ernst, aber das ist hier oben. Also ja, ich mache aus meinen Schwertkämpfern Paladine, komme was wolle. Hier war einfach nur ein Ork-Lager. Gut, die Voroks sind weg, die Ogre-Hütte, die will ich erstmal nicht. Aber ich kann hier meine Einheiten upgraden und kann dann die Ogre-Hütte platt machen und gleichzeitig den Bauern zu seiner Hütte schaffen. Ich glaube, das sollte eigentlich gehen. Nichts Neues hier. Nichts Neues hier. Nur die Komplimine. không? Kill Whom? Wir servieren die Empire. Kill Whom? Go where? Also erstmal drei neue Soldaten kaufen und dann die Truppe upgraden. Das Gute ist, ich habe den Skill, der 50% weniger Gold zum upgraden braucht. Ja, als nächstes Wissen, dann mal dann Kampffähigkeiten. Ja, warum auch immer die zwei Türme grün leuchten. So, was kostest du zum Aktualisieren? Oh, nur 43. So, dann wollen wir mal rausfinden, welche ich jetzt... Immer zuerst auffüllen, dann aktualisieren. Go away, we're almost there. We're always with pleasure. Aye, and always I. We're almost there. We're almost there. We're almost there. Good. Das ist auch eine stärkere Uga-Hütte, weil da... We're almost there. Yes. Yes, sir. It is done. It is done. I, and only I. We're almost there. Well, we don't know. Yes. No problem. What? Certainly. Huh? I, and only I. What? It is done. It is done. Kill whom? Aim! That's all. You're a dead man. I, and only I. It is done. It is done. We attack. Well, well, we don't know. That's all. You're a dead man. We're almost there. It will be done. It will be done. It will be done. Ben! Huh? Kill whom? That's all. You're a dead man. Yes. Yes. Okay. That's all. We're almost there. What? Hunt to victory. Kill them all. Kill whom? That's all. You're a dead man. Au. Yes. I, and only I. I can't go faster. 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 To victory. Always with pleasure. Catch this! Always with pleasure. Yes. Fire will cleanse their souls. Fire will cleanse their souls. Yes sir. Hmm. Hunt to victory. Thank you fair lady. May your days be forever blessed. Ich danke euch, gute Damen. Möge eure Tage auf ewig gesegnet sein. What? It is done. Hunt to victory. No problem. Ready? Go where? Well, we don't know. So, dann sacken wir mal hier das restliche Holz ein. Kill whom? Well, we don't know. Good. Die wieder aufzufüllen, das wird teuer werden. Ready? It shall be done. It shall be done. Hunt to victory. So, jetzt gehen wir mal zu der Monsterhöhle. Als nächstes. Wenn wir darauf hoffen, dass es noch irgendwelche weiteren Quests gibt. Weil wir haben Geldmangel. Aber einen Topaladiner zu haben, ist halt... Stechen und Spießen, Max Rüstung. Ja. Was? 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 Mal überlegen. Wir haben hier noch das Brigantenlager. Wir haben hier noch die ganzen Sachen. Wir haben hier hinten noch eine Ogerhütte. Ich habe immer noch keine Ahnung, was es mit dem Briganten-Ding auf sich hat. Hier ist noch etwas, was wie ein Brigantenlager aussieht. Mal gucken. Hier erwarten uns noch ein paar Sachen auf dem Weg. Was? 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 Hunt to victory. Okay, ich habe jetzt wieder genug Geld, um meine Paladina zu heilen. Was? Well, we don't know. We're almost there. Ich habe halt wie gesagt keine Ahnung, was es mit den Jungs auf sich hat. Leve a... Leve a... Yes, sir. Kill home. What? Hunt to victory. Get lost. Leve a... Hunt to victory. Der Brigantenanführer will auch nicht mit uns reden. Hunt to victory. Yes. What? Ready for battle? Yes. That's all. You're a dead man. Always with pleasure. Oh, hi. We're almost there. Aim! All right Yes. No, No. Goldstücke und ein Energiering. Die Goldstücke nehme ich gern. Die Energiering nehme ich gern. Die Goblinmine hat nichts Neues für uns. Die Imperiale Garnison hat auch nichts. Das Dorf hat auch nichts. Und ich kann ja in der Goblinmine auch nur Spießgoblins anheuern. Was kostet mich eigentlich ein Trupp? Guck mal, Trupp-Paladine ist ja voll günstig. Schützen. Ritter möchte ich nicht unbedingt. Ja. Hab aber immer noch keine Ahnung, was es mit den Dings auf sich hat. Mit den Wölfen hier. Drei Garnisonen und zwei Angreifer. Hm. Well, we don't know. Die brauchen gar keine Steine fürs nächste Upgrade. Okay, ich marschiere jetzt erst einmal wieder. Also mein Gefühl sagt mir, wenn wir die Spione dahin bringen, schließen wir die Mission auf, weil wir wahrscheinlich mit denen reisen werden. Auf der anderen Seite gibt es aber halt auch nichts, was wir hier mit den Briganten machen können. Ich habe irgendwie auch immer noch das Gefühl, dass das auch ein Teil der Main-Story-Quest ist mit dem Briganten, weil... Ja, toll, wir können mit ihnen reden, aber sie wollen nur, dass wir verschwinden. Und ja, ich bin irgendwie gewillt, die Ressourcen, die ich noch habe, für die nächste Mission aufzubewahren. So, wir haben... Ja? Ja? Ja?